Liebe Leserinnen und Leser, eine neue Ideologie breitet sich in westlichen Gesellschaften aus. Erst leise, dafür aber beharrlich, jetzt mit zunehmender Lautstärke. Sie spaltet jene, die sie erkannt haben, in ihre Verfechter und Gegner. Konflikte und Entfremdung sind in vielen Gruppen die Folge. Der zentral vorgebrachte Anspruch der Bewegung, Diskriminierung und Unterdrückung von bestimmten Gruppen abbauen zu wollen, macht Wokeness auf den ersten Blick unangreifbar und attraktiv. Ihre Appelle nach Gerechtigkeit, Diversität oder Antirassismus sind positiv besetzt. Das macht ihr destruktives Potenzial viel schwieriger zu erkennen als das anderer radikalisierter Orientierungen. Was ist eigentlich Wokeness und tut das weh? fragte Maybrit Illner in ihrer Sendung am 20. Juli 2023. War die Woke-Bewegung bis vor wenigen Jahren eher aufmerksamen und politisch interessierten Menschen ein Begriff, dringen jetzt nicht nur ihre Inhalte, sondern auch ihre Konsequenzen mehr und mehr in das Bewusstsein manch eines Zeitgenossen und in den Fokus medialer Berichterstattung. Schachspiel reproduziert Rassismus, weil die weißen Figuren zuerst am Zug sind? Woher kommst du, fragt man besser nicht mehr, weil diese Frage, gerichtet an eine Person mit Migrationshintergrund, diskriminierend wirken kann. Tom Hanks soll und will die Rolle eines homosexuellen Mannes im Film nicht mehr spielen, weil er heterosexuell ist und die entsprechende homosexuelle Erfahrung nicht vermitteln kann? Menschen mit Behinderung sollen sich nicht wünschen, nicht mehr behindert zu sein, weil ihnen von Vertretern der Disability Studies vorgehalten wird, dass sie sich der Norm unterwerfen. All das sind nicht mehr nur skurril wirkende und markante Beispiele der Wokeness-Bewegung aus den USA. Die Wokeness, das Woke-Sein, hat auch hierzulande bedeutsamen Einzug gehalten und sich auf viele Themengebiete ausgedehnt. Nur wenigen ist bekannt, dass sie auf einen gemeinsamen Nenner zurückgehen und mit ihnen eine kulturelle Revolution begonnen hat. Wokeness ist keine skurrile Banalität. Sie ist eine Ideologie, die in den USA mit zur Spaltung des gesamten Landes in zwei Lager geführt hat und deren Akzeptanz oder Ablehnung über die Zukunft moderner westlicher demokratischer Gesellschaften mitentscheiden wird. Die häufig beklagte Polarisierung oder Spaltung der Gesellschaft, die trotz Mahnungen nicht korrigierbar voranzuschreiten scheint, geht in dem einen von zwei Extremen auf mehr oder minder radikal ausgelegte woke Denk- und Erlebensmuster zurück. Wenn also Straßennamen ebenso einer Prüfung potenzieller Gefühlsverletzungen unterzogen werden, wie Karnevalskostüme, Bücher, Filme oder Männer, die es noch für adäquat halten, einer weiblich gelesenen Person die Tür aufzuhalten, gibt es für all diese Phänomene einen gemeinsamen Nenner, den es zu begreifen gilt. Die Wokeness. Ein Gedankengut mit manchmal totalitärem Anspruch, bei dem es grundsätzlich und ganz ursprünglich um Akzeptanz von menschlicher Vielfalt und gegen Diskriminierungen ging. Wenn Sie Wokeness noch nicht bewusst registriert haben, so haben Sie sie sicherlich schon unbewusst wahrgenommen, nämlich wenn Sie sich selbst dabei ertappen, dass Sie im Sprechen oder gar im Denken vorsichtiger geworden sind. Ein in den Grundzügen nachvollziehbares und unterstützenswertes Anliegen des Minderheitenschutzes hat sich über Jahre hinweg, zunächst in den USA, mit dem Impetus einer Kulturrevolution in westlichen Gesellschaften radikalisiert, dabei sich zunächst in Universitäten, inzwischen auch in Institutionen, staatlichen Stellen, Teilen der Medienlandschaft, gar in Unternehmen, Woke Capitalism, zunehmend Einfluss verschafft, und sich im kollektiven Denken unbemerkt verankert. Auch deshalb, da viele Woke-Themen scheinbar unabhängig voneinander betrachtet und die zugrunde liegenden Denkschablonen wenig erkannt werden, wird Wokeness oft wenig kritisch angesehen, sondern wie ein religiöser Eifer, reflexartig und verinnerlicht ausgelebt. Etablierte Medien, angeführt von Twitter- und Instagram-Influencern, tragen Wokes-Denken gerne mit, indem sie mehr oder weniger bewusst Woke-Denkschemata übernehmen. Wer könnte nun guten Gewissens etwas gegen Vielfalt und Toleranz sagen? Söği Söği